Ihr habt wieder fleißig kommentiert und Fragen gestellt. Besondere Fragen, die vielen Zuschauern eine Hilfe sein können, picke ich aus den Kommentaren raus und beantworte diese für euch öffentlich. Kommentiert also fleißig weiter und stellt Fragen oder Videoideen, die dir und der Community weiterhelfen können. Und damit willkommen zu einem weiteren Frage-Antwort-Video. Ich bin der Alex und es freut mich, dass du dabei bist. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und rund um E-Commerce, dann lass ein Abo da, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Doch bevor wir loslegen, alle Informationen rund um die Fragen und den Themen, die wir hier in diesem Video bearbeiten, findest du unten in der Videobeschreibung. Schau es dir unbedingt an. Beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Und zwar fragt hier ein Zuschauer, was ich mich gerade frage. Dieser Service ist für FBA. Das hört sich chillig an. Wozu dann ein Konto mit Easybill oder was anderem verknüpfen? Ich habe hier direkt auch mal ein Video dazu mit eingeblendet, beziehungsweise findest du es auch unten in der Beschreibung. Es geht hier nämlich um die Videoreihe von Amazon Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und zwar geht es hier um die Rechnungsstellung, Umsatzsteuerservice von Amazon und Amazon Rechnungen erstellen. Dieser Zuschauer fragt sich, warum brauche ich denn dann sowas wie Easybill, wo ich quasi Rechnungen erstellen kann? Ein paar Tools packe ich dir unten in die Videobeschreibung, falls dich das interessiert und du auf der Suche danach bist nach einem Tool. Es ist nämlich so, du kannst natürlich, wenn du nur Handel über Amazon betreibst, auch die Rechnungsstellung durch Amazon übernehmen lassen. Storno-Rechnungen müssen dementsprechend aber auch konform erstellt werden und die ganze Verwaltung muss auch rechtskonform passieren. Deswegen nutzen viele Händler auch externe Tools, wie zum Beispiel Easybill oder Billbee oder LexOffice und was es da nicht alles gibt, um hier mehrere Marktplätze auch miteinander zu verbinden, um das Ganze einfacher zu handeln und zentral von einer Stelle zu steuern. Falls du mehr Fragen dazu hast, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten frag gerne nochmal detaillierter nach, was genau dein Problem ist und wo ich weiterhelfen kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Hier fragt ein Zuschauer, ein 140 Euro Produkt kaufst du für 30 Euro ein? Wo gibt es denn sowas? Ja, tatsächlich gibt es sowas. Ab und zu kommt sowas vor. Ich habe dir schon bereits auf die Frage geantwortet. Es ist nicht die Regel, sonst würde man hier natürlich eine Goldgrube finden, um hier wirklich profitabel zu verkaufen. Es passiert in manchen Fällen so, dass du Produkte günstig kaufst, diese aber über einen Zeitraum vom Preis her steigen. Also es gibt viele Produkte, vor allem Technikprodukte, die in Preisen fallen, weil die Technologie sich immer weiterentwickelt und immer neue Technikprodukte auf den Markt kommen. In dem Fall ist es so, dass bestimmte Produkte teils günstig zu haben sind, weil gerade sehr viel auf dem Markt vorhanden ist, aber dann werden bestimmte Sachen eingestellt als Beispiel und sind nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Dennoch ist die Nachfrage da, dann steigt der Preis teils nach ganz oben und so kannst du dann auch solche Produkte so teuer weiterverkaufen und dementsprechend hohen Gewinne wirtschaften. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Folgende Frage. Ich habe ca. 800 Angebote, Grafiken und so und zahle horrende Summen an Werbung. Realistisch gehen 25% für Werbung und Porto drauf. Meine Frage. Ich würde gern die Werbekosten senken und überlege zum Beispiel jedes dritte Angebot aus der Werbung herauszunehmen. Hast du eine Meinung dazu, ob das funktionieren kann? Liebe Grüße. Okay. Also es geht hier einmal zur Erklärung um das Bewerben von Produkten, sei es jetzt auf Amazon oder Ebay. Dieser Kommentar war unter einem Ebay-Video, wo ich zeige, wie du deine Produkte über Anzeigen bewerben kannst. Dazu habe ich übrigens ein aktuelles Video geschaltet. Schaust dir gerne oben in der Infobox an. Das Tool bzw. das Ebay-Advertising wurde überarbeitet und frisch erstellt. Schaust dir gerne an. Mal zu der Frage zurückzukehren ist, ich habe dir bereits schon geantwortet, du musst nicht wirklich alle Produkte von dir bewerben. Denn wenn du alle Produkte bewirbst, ist das natürlich mit vielen Werbekosten verbunden und nicht jedes Produkt wird quasi gekauft. Es ist so, man müsste mal hier ein bisschen ausprobieren und vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der Produkte bewerben, die du effektiver verkaufen möchtest. Der Kunde kommt teilweise, wenn er sich für diese Kategorie interessiert, automatisch durch weitere Einblendungen über Ebay, weil wenn er auf deinem Produkt ist, sieht er dann weitere Artikel des Verkäufers eingeblendet und somit kann er auf deine Produkte weiterklicken und schauen, okay, vielleicht interessiert mich noch ein weiteres Produkt oder vielleicht eine andere Variante. Dementsprechend musst du nicht alles bewerben. Eins musst du dir im Klaren sein, wenn ein Kunde ein Produkt über Anzeigen anklickt und ein folgendes Produkt dann anklickt, wofür er sich dann entscheidet, was vielleicht nicht beworben wurde, werden dennoch Werbekosten in Rechnung gestellt. Das bedeutet, der Kunde hat 30 Tage quasi so ein Cookie gespeichert, dass er über deine Werbeanzeige ein weiteres Produkt gekauft hat. Somit musst du hier dementsprechend auch mit Werbekosten rechnen. Dennoch muss man unterscheiden. Es gibt verschiedene Werbeanzeigen. Manche werden durch Klicks generiert und abgerechnet und manche nur durch den Verkauf. Da, wie gesagt, nochmal genau nachschauen. Ich habe dazu ein aktuelles Video und ich werde demnächst auch ein neues Video veröffentlichen, wo ich euch zeige, wie ihr in dem neuen eBay Advertising Anzeigen schalten könnt und diese effektiv bewerben könnt. Frage Nummer 4. Hey Alex, ich hätte mal eine Frage. Ich möchte meine Produkte von Privatverkäufern auf eBay ankaufen und sie auch wieder über eBay verkaufen. Bin Kleinunternehmer. Jetzt brauche ich natürlich auch Belege für die Ankäufe und da ich von Privatverkäufern kaufe, sind diese natürlich nicht dazu verpflichtet, mir einen Beleg auszustellen. Was mache ich in diesem Fall? Ist es möglich, einfach alle Ankäufe von Privatverkäufern über Eigenbelege zu dokumentieren? Sehr gute Frage definitiv. Machen viele, dass sie quasi Reselling betreiben. Sie kaufen Produkte günstig ein und verkaufen diese dann teurer. Und natürlich ist es oftmals so, dass man von privaten Verkäufern günstig Produkte abstauben kann und diese dann, auch wenn gewerblich, teurer weiterverkaufen kann. Und hier, wie du schon sagst, natürlich ist hier der Privatverkäufer nicht verpflichtet, einen Beleg für dich auszustellen, was er überhaupt auch nicht kann und nicht darf, so gesagt. Und hier hilft wirklich nur, Eigenbelege zu erstellen. Was ich dir auch schon als Antwort dazu geschrieben habe, ist, dass du im besten Falle noch Screenshots von den Bestellübersichten machst, was bei eBay ja relativ gut möglich ist. und so kannst du dann dem Finanzamt im Falle einer Prüfung das Ganze vorlegen und sagen, hier, für diesen Preis habe ich es gekauft und für diesen Preis mit deiner Rechnung hast du es verkauft. Und wenn es viele Eigenbelege gibt, ist es höchstwahrscheinlich so, dass das Finanzamt das irgendwann mal überprüfen wird, um hier sicherzugehen, dass hier kein Unfug betrieben wird. Aber da mit einem Eigenbeleg bist du auf jeden Fall auf einer sicheren Seite. Dennoch würde ich hier einmal das Ganze korrekt rechtlich prüfen lassen, durch den Steuerberater, dass, wie gesagt, alle Aussagen, die ich hier mache, sind natürlich nicht rechtlich verbindlich und 100%. Wir kommen zu Frage Nummer 5, zu der letzten Frage. Der Anbieter von meinem Rechtstexten empfiehlt noch, den Preis in den Titel mit aufzunehmen und dahinter ein Sternchen zu setzen, damit man dann in der Beschreibung noch mal darauf hinweisen kann, dass Mehrwertsteuer enthalten ist oder eben nicht. Das würde jetzt bei deinem Beispiel komplett fehlen. Vielen Dank für diese Anmerkung und für diesen Kommentar. Es geht hier nämlich um den Handel auf dem Marktplatz Kleinanzeigen. Dazu habe ich bereits neue Serien oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt. Findest du auch unten in der Videobeschreibung, falls du es dir anschauen möchtest. Denn der Kleinanzeigen-Marktplatz ist eine sehr gute Möglichkeit, auch hier gewerblichen Handel zu betreiben. Die Reichweite ist relativ groß und die Kundengruppe auch relativ groß und dementsprechend eine große Möglichkeit, hier auch noch Umsätze zu erwirtschaften. Und natürlich muss auch hier alles rechtssicher ablaufen. Ich habe dazu ja bereits auch schon mal was gezeigt, wie du auch Rechtstexte implementieren kannst, um hier rechtssicher zu handeln auf dem Marktplatz. Denn auch beim Kleinanzeigen müssen alle Rechtstexte von AGBs über Impressum und Widerrufsbelehrung verfügbar sein und abrufbar sein. Und hier geht es halt um die Mehrwertsteuer. Denn ihr kennt es ja überall, seht ihr bei Preisen immer so ein Sternchen. Und dann steht irgendwo klein dazu geschrieben, Preis zuzüglich Mehrwertsteuer oder inklusive Mehrwertsteuer. Und auch hier hat der Zuschauer darauf hingewiesen, macht es Sinn, wirklich in der Beschreibung noch mal den Preis dazu zu schreiben und dementsprechend Sternchen zu setzen, wo ihr dann in der Produktbeschreibung oder Artikelbeschreibung noch mal den Vermerk macht mit Sternchen zuzüglich oder in den meisten Fällen inklusive der Mehrwertsteuer und vielleicht zuzüglich Versandkosten, wie ihr das mögt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und das solltet ihr auf jeden Fall auch für euch umsetzen, falls ihr auf dem Marktplatz Kleinanzeigen verkauft. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr weitere Fragen unter den Kommentaren stellt. Ich freue mich, das hilft nämlich der Community und mir auch, um zu sehen, welche Fragen, welche Videoideen auch vor allem hier noch bestehen und wo Fragen sind, worauf ich eingehen kann in Videos, aber auch in den Antworten hier in solchen Frage-Antwort-Runden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg weiterhin beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ciao.